In diesem Video sehen wir die Pronomen im Nominativ, Akkusativ und Dativ. Zuerst auf der linken Seite die Tabelle der Pronomen. Nominativ Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Akkusativ Mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, sie. Dativ Mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, ihnen. Und jetzt die Pronomen in Beispielsätzen. Unter Strichen seht ihr die Pronomen in den jeweiligen Kasus. Nominativ Er ist hier. Er ist das Nominativpronomen. Akkusativ Er sieht ihn. Ihn könnte zum Beispiel den Hund sein. Er sieht ihn oder er sieht den Hund. Ihn steht im Akkusativ. Dativ Er hilft ihm. Er hilft ihm, er hilft dem Freund. Hier könnten wir das Pronomen auch durch ein Nomen ersetzen. Ihm Dem Freund Beides steht im Dativ. Und dann haben wir wieder Er hilft ihm oder dem Freund. So, jetzt hoffe ich, dass alles ein bisschen klarer geworden ist. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like. Und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Und natürlich, wer Lust hat, könnte Mitglied auf meinem Kanal werden. Dann bis bald. Ciao. Setzen Sie ein Pronomen. Ich bringe es dir. Ich höre ihnen zu. Er leit ihn ihr. Wir schicken es ihm. Ich sage es ihm. Wir teilen es ihm mit. Ich leiste es mir. Ich nenne ihn ihm. Ich rufe ihn an. Sie verbieten es mir. Sie verbieten es mir. Ich erkläre es ihm. Ich erkläre es ihm. Er übergibt es mir. Er übergibt es ihr. Wir wünschen es ihr, er schenkt es mir, du reichst sie mir. Sie stehlen sie ihnen, sie überlässt es ihm, wir liefern es ihnen. Wir verschweigen es ihr, er kauft ihn ihr, sie schreibt ihn ihr. Sie beweisen es ihm, sie erlaubt es ihr, sie bringen ihn mir mit. Wir zeigen sie ihnen. Ich hoffe, dass die Pronomen jetzt etwas klarer geworden sind, oder ihr ein bisschen besser Akkusativ und Dativ versteht. Wenn es so ist, setzen Sie ein Pronomen, Akkusativ, Dativ. Ich helfe ihm. Ich hasse dich. Ich sehe ihn. Ich nehme sie mit. Ich gratuliere ihr. Es gehört uns. Ich schreibe dir. Ich hole dich ab. Ich sage es ihm. Ich sage es ihm. Ich verstehe es. Ich wundere mich. Es gelingt mir. Ich möchte es. Ich hole es mir. Ich hole es mir. Es gehört mir. Ich will es nicht. Ich unterstütze dich. Ich frage euch. Er gönnt es ihr. Sie antwortet dir. Es gefällt ihnen. Sie unterstützt ihn. Er verbessert es. Ich rate es euch nicht. Ich verkaufe es. Ich verkaufe es. Sie widerspricht ihm. Rauchen schadet uns. Sie teilt es dir mit. Setzen sie ein. Pronomen. Akkusativ und Dativ. Sie fragt ihn ab. Er gewöhnt es ihm ab. Er gewöhnt es ihm ab. Sie bringt es ihnen bei. Ich berichte es ihr. Er liest es ihr vor. Ich sage es dir zu. Er verdankt es mir. Sie zeigt ihn ihm. Sie besorgt es ihnen. Sie besorgt es ihnen. Er sichert es ihr zu. Er sichert es ihr zu. Du glaubst es mir. Man liefert es ihnen. Man liefert es ihnen. Sie melden ihn uns. Er teilt es mir mit. Er teilt es mir mit. Ich erkläre es ihnen. Er erkläre es ihnen. Er vermietet ihn ihnen. Er borgt es ihr. Sie kauft sie ihr. Ich reiche ihn ihr. Sie richtet ihn ihr ein. Er borgt es ihr. Sie muten es uns zu. Er vererbt es ihnen. Er gönnt es ihnen. Er gönnt es ihnen. Sie widmen ihn ihr. Sie widmen ihn ihr. Er befiehlt es euch. Er passt in dir an. Sie melden ihn ihm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.